Von Business-Meetings und Messebesuchen kommt man in der Regel mit einem Stapel Unterlagen zurück. Mit dem Reiselocher von Pearl heften Sie die Papiere schon während der Zugfahrtsauber ab. Durch seine handlichen Maße passt der Locher in jede Aktentasche. Alternativ heften Sie ihn selbst in einem Ringbuchordner ab. Trotz seiner Minimaße steht der Reiselocher seinen großen Bürokollegen leistungsmäßig in nichts nach. Und als kleinen Bonus obendrauf können Sie die Oberkante des Lochers auch noch als Lineal verwenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017